Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 42 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 850 Euro pro Monat. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Schöne